Hallöchen Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Trouble in Meinville. Ich hab mal heute wieder einen Gast bei mir, nämlich den Mindy V Germany, der einen sehr schwulen Skin hat. Penis! Ja genau, ich hab einen sehr schwulen Skin an und ja, das war ein bisschen beabsichtigt, weil ich halt auch mal ein bisschen schwul sein wollte, beziehungsweise ich bin schwul, genauso wie weiß und deshalb passt es ja auch. Doch du bist so schwul. Nein, du bist so kobold. Du warst ein kobolder Ende. In deinem Bademensch, in deinem... Alles mau, wenn du mit mir redest. Jetzt bin ich beleidigt, nö, jetzt hab ich keine Lust mehr. Ich muss mir das so nicht bieten lassen von so einem, ey. Ja, und wie jetzt wahrscheinlich schon gesehen hat, wir spielen heute Trouble in Meinville und ich bin der schlechte Spieler, den es gibt, denn ich hab nur 265 Karma. Ja, ich auch, ähm... Wir Poker natürlich, was wir sind, wir sagen natürlich nicht, was wir sind, oder? Ne, würde ich auch nicht sagen, weil ich finde, ich hasse so Leute, die... äh, dann das und das hin, ne, ich würde das nicht machen. Na, damit... Ah, es geht los in drei Sekunden. Gut, drei Sekunden. Es geht los, es geht los! Oh mein Gott, was das für eine Map ist, das neue Map? Woodbury. Oh mein Gott, die hab ich noch nie gespielt, dass die Kiste... Nein, die hatte... Oh, scheiße, 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 scheiße. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der beste in Trouble in Meinville, weil ich mir gar nichts bekommen. Hi, weiß. Hallo. Hallo. Ich hab schon, äh, ich hab schon Holzschwert und Fallenbogen, also. Ach so, ich kann damit leben. Ja, ich hab nichts. Ja, perfekt. Perfekt, ne? Perfekt. Damit deine Aufnahmen auch so grottig, wie, äh, es nur möglich ist, wird. Genau. Dann würde er sich dabei... Ich hoffe, ich werd jetzt nur nicht Traitor. Das finde ich ein bisschen... Oh, Junge. Ich hoffe, ich werd Traitor. Aber ich bin so selten Traitor, ich werd auch wahrscheinlich diesmal nicht Traitor. Tja, ey, ich versuch mich auch eh nicht. Ah, geil, Raum noch mit zwei Kisten. Wo, wo, wo? Hilfe! Wo, sag mal, wo. Ich komm dann, ich komm dann, ich komm dann. Ähm, so, ich hab jetzt noch ein Holzschwert für dich über. Ah, perfekt. Aber die sind ganz viele Kisten noch. What the fuck, ähm... Ja, ich war... Kann ich nicht... Ah, jetzt kommt da schon jemand. Aber ich hab noch ein Holzschwert für dich. Ich hab noch ein Holzschwert. Alter, wie... Ah, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Und? Ja. Mit meinem 90-Schwulen-Schwulen-Schwulen. Ja, ich bin Eno, war klar. Hey, wir wollten's noch nicht sagen, oder? Ja, okay, ich bin auch Eno. Ja, oh, scheiße. Wenn du jetzt Eno bist, kannst du ja auch sagen. Ja, das stimmt. Warte mal, lass mal... Ja, der haut nicht. Nein, der... Oh, geschah. Traitor, traitor, der Traitor, der Traitor, der Wolfens. Ja, sag mir, ich will deinen Kill-Clauen. Hilfe. Äh, also, ähm, ja, wie gesagt, neuer... Ja, der war... Hä? Nein, ich hab Karma verloren. Nein. Und ja, nach Lagerzeit haben wir halt auch mal wieder irgendwas aufgenommen, ne, weiß. Ja, ganz früher hat man mal LBT gehabt, ganz, ganz früher. Ganz, ganz früher. Da war Taloca noch schwuler, als er jetzt ist. Genau, da war ich noch ein bisschen gayer, gayischer. Wie ist eigentlich die Steuerung von gay? Gayer, hätte ich jetzt gesagt. Gayer. Oder more gay. More gay. Ja, also, es gibt ja so im Englischen, gibt's ja, ähm, important ist ja most important, more important, keine Ahnung, important. Es gibt ja so unregelmäßige. Easy, easier, easiest und keine Ahnung, sowas. So ein Gag, den niemand will. Es gibt ja hier keinen Tester auf der Map, wusstest du das? Nein. Also, ich glaube es zumindest, oder, ich bin vollkommen blind und alle sind blöd und alle lügen. Ich schreibe jetzt einfach mal so klug, ich bin nach, also. Die sind alle Traitor, die sind alle Traitor. Die sind alle Traitor. Alle? Ja. Hätte jetzt behauptet. Ja. Nein, innocent. Aber ich hatte mich ein Steinschwert, das ist auch gut. Ja, immerhin, das hat sich da dann gelohnt. Ja, genau. Ich habe mit Chief in die Bekommen. Oh, aber ich habe es in Schätze, um das zu lesen. Bist du Traitor? Nein. Gut. Nein, ich bin kein Traitor. Oder vielleicht doch. Hm, du machst mir Angst. Ich gehe lieber ein bisschen weg von dir. Ich weiß, dass du hier so blöde, böse Pläne hast. Dann werde ich dich hart ficken. Die sind dazu dritter, da ist ein Detective und da ist bestimmt ein Traitor dabei. Da bin ich mir sicher. Der da. Okay, doch nicht. Ich werde niemanden, niemanden werde ich auch sofort random killen. Das ist, das habe ich schon. Versprochen. Ja. 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 Guck mal, die Evil Chicken. Ja. Ich bin, was ich nie wie Evil ausgesprochen würde, ey. Evel. 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 Peenis. Gott, ich habe mich verloren. Oh, jetzt nicht wieder pervers werden. Nicht so wie früher. Böses Talokan. Böses Talokan. Hm? Wo bist du? Ja, ich habe gerade eben einen Traitor umgebracht. Oh, da kommt jemand. Komm mal, ja, komm mal, ja. Ich weiß, wo, ich weiß, wo die Traitor campen. Komm mal mit. Ja. Komm mit, komm mit. Ja, genau, genau, genau. Moment, ich folge dir. Ich folge dir. Da oben, die sneaken da oben. Ich habe sie gerade eben gesehen. Okay. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich traue mich nicht allein. Das ist nur eine Kiste. Ich habe ja alles. Moment, Moment, Moment. Äh, ich komme, ich komme. Äh, wo? Äh, hey, hey, hey. Hallo? Hallo? Nein, wieso stirbst du nicht? Warum greifst du mich an, Junge? Ich bin doch inno. Echt? Oh. Ich habe gedacht, du bist traitor. Manu, da oben, da sind sie. Da oben, da sind sie. Okay. Ich werde jetzt beweisen, dass ich jemanden töten kann. Hier ums, hier um campen die. Ich glaube, ja. Alter, wie viele Kisten sind hier noch? Das ist heftig. Oh, du leckst gerade bei mir. Ach, so, jetzt nicht. Das leckte irgendwie total. Das nervt ziemlich, weil ich wollte gerade eben schon mehrere Traitor killen und dann leckte es total. Dann leckte ist total. Ja, ich kann nicht mal sein Inventar verschieben. Wo bist du hingegangen? Ich bin vor dir. Hä? Hinter dir. Du stehst bei mir auf einer Stelle. Ich bin hinter dir. Du, Bob. Hallo. Ich bin, du läst gerade auf mich zu. Jetzt bist du an mir vorbei. Jetzt, ich bin unten im Raum, bin ich jetzt. Ja, genau. Ich bin jetzt auch unten im Raum. Ich habe gerade Megalex. Tja. Ja, die Server lagern halt auch immer ziemlich extreme. Extreme. Ja, das lagern mich richtig auf manchmal. Ja, ich hasse es auch, aber ich bekomme zu Ostern einen neuen PC. Also jetzt, ich bin keine Bonn so oder so, aber... Not like a Bonn. Ich kann richtig ausrasten wegen den Lexus. Das hat mir richtig viele Traitor-Kills schon versaut. Ja. Warte mal, wie viel denn du bist auch noch da? Eins, äh... Ohne uns noch, äh... Eins, äh... Bei mir steht es immer da oben. Noch ohne uns. Okay, aber die Map ist irgendwie auch... Ein bisschen unübersichtlich. Du bewegst dich da immer noch nicht bei mir. Mein Gott, oh mein Gott, komm her, komm her, komm her. Ja, du bewegst dich da oben bei mir nicht. Oh, jemand greift mich an, aber irgendwie ist der un... Lol, wir hatten schon mal angegriffen. Ah, das ist ein Traitor, das ist ein Traitor, das ist ein Traitor. LOL! WTF! Ich bin gerade übelst hochgeflogen. Ja, du lagst bei mir die ganze Zeit. Auch in Skype oder jetzt nur hier, äh, Trouble in my mind? Trouble in my mind. Alter, was geht denn hier ab, ey? Ich werde die ganze Zeit von anderen welchen... LOL! Creeper! Creeper! Ach, schade. Ich hätte jetzt fast Creeper-Eye bekommen hier auf dem... LOL! Alter, hier ist irgendjemand ein Traitor. Das ist seltsam. Du liegst die ganze Zeit bei mir, das ist so behindert. Ich bin hier unten in dem Raum, jetzt bist du genau da, wo ich bin, ungefähr. Nee, du... Hier ist nur ein Traitor. Du bewegst dich die ganze Zeit bei mir nicht, du bist... Ja... Das ist übelst kacke. Ich bin jetzt nicht direkt vor dir. Nein, du bewegst dich nicht. Mach mal Slash-Ghost-Fix, bitte. Slash-Ghost-Fix... Okay, jetzt... LOL, ich bin tot! WTF-I, so bin ich tot! Traitor-Self-One, Traitor-Self-One. Wieso sagst du das so glücklich? Du warst ein Traitor? Ja. Du bist so mies, Junge. Alter, ich hab das am Anfang gewusst. Ich wusste, du hast den Pass eingelöst. Ja, ich hab die ganze Zeit so viele nebenbei gekillt. Ich hätt noch mal gekillt, jetzt nicht so geleckten. Ich wollte dich nicht im Haus spielen. Ich hab mich Karma verloren, du bist so asozial. Also, es war eine richtig geile Runde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schau doch mal, mein TV-Germany vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute! Leute!